Du bist Ich bin Sulin Yusuf, Autorin und Regisseurin des Kinderfilms Sieger sein. In dem Film geht es um In dem Film geht es um die zwölfjährige Mona, die aus Syrien flüchtet als Kodin und in Deutschland auf einen großartigen Lehrer und auf eine großartige Mädchenmannschaft trifft, die ihr ganzes Leben prägt. Für Selbstentfaltung braucht es Gute Begegnungen, die diese Selbstentfaltung reflektieren und unmöglich machen. Deutsche Willkommenskultur Es ist manchmal eine Lüge und findet oft nur in der Bubble statt und in der Realität ist sie, glaube ich, viel bitterer. Berlin Wedding Das ist mein Heimatkitz, ich liebe ihn und er hat mich ganz schön geprägt und jetzt versuche ich ihn zu prägen mit diesem Film. Mona und mich verbindet Resilienz Unsere kurdische Identität, also von Flucht und Unterdrückung, aber aus der wir auch viel Positives, Utopisches, Hoffnungsvolles schöpfen können. Kurdische Stimmen werden in Deutschland Oft nicht gehört Und leider auch unterdrückt Für Frieden muss man Kämpfen Er ist nicht selbstverständlich Frieden ist ein Privileg Und Frieden macht überhaupt möglich, dass Menschen weiterkommen können. Amen Amen Beide Ge wiggle Screch Beide Bege Beide 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 Eve